Die Bola ist eine Wurfwaffe der Inui, sibirischen Schubtschen sowie südamerikanischer Jäger und wird auch von Rinderhütten dieser Region zum Fangen entlaufener Rinder eingesetzt. Bola Steine kommen bereits seit dem frühen Mittelpleistozen vor. Im vorderen Orient, im Telhassune in Mesopotamien, wurden aus dem Neolithikum Schleuderkugeln aus gebranntem Lehm gefunden. Die Bola besteht aus drei Leinen mit einer Länge von je 0,4 bis 1,5 Meter, die jeweils an einem Ende zu einem dreiammigen Stern zusammengeknotet sind. Am jeweils äußeren Ende jeder Leine befindet sich ein Gewicht. Verwendung Ein Ende der Bola wird in der Hand gehalten und die beiden anderen Enden über dem Kopf gewirbelt und dem Zufangenden Tier in die Beine geworfen, was zum Stolpern und Fallen des Tieres führt. Die rotierende Bola wickelt sich dabei um die Beine des Tieres. Der zielgenaue Wurf bedarf der Übung, da sich das zu fangende Tier in der Regel schnell bewegt. Auch für das Fangen von Vögeln wurden und werden Bolas eingesetzt. Diese Waffen sind i, d, r, leichter und kleiner gebaut als Bolas für andere Zwecke. Eine Variante für den Einsatz als Kriegswaffe ist die Bola Perdida, die nur eine Kugel bzw. nur ein Gewicht aufweist. Sie ist im Grunde eine Schleuder, bei der der Schleudermechanismus am Projektil befestigt ist. Verwandte Themen Kriegswaffe Kettonkugel bei Schiffen und Kanonen Als Kugel an der Schnur ist auch die Affenfaust bekannt. Fangsteine der Sahara Surohin ist eine japanische Schlag- und Wurfwaffe mit zwei Gewichten an einer Schnur. Manriki Gusari ist die gleiche Wurfwaffe mit zwei Gewichten an einer Kette. Klick-Klack-Kugeln Ein Spielgerät mit zwei verbundenen Kugeln aus den 1970er Jahren. Leitergolf Ein in den USA als Leder-Toss bekanntes Spiel besteht aus zwei Golfbällen an einer kurzen Schnur. Was Slow Bola 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 Bolar Bola оно Bola Bola